Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sie und ich, die deutschen Verbraucher, sind verunsichert. Das war's. Ihnen noch ein angenehmes Wochenende. Trotzdem muss man sagen, die Kollegen von der Tagesschau haben das Neueste noch einmal um 0.35 Uhr für Sie. Ich verabschiede mich. Tschüss und guten Abend. Untertitelung des ZDF, 2020